Hallo Allerseits. Hier sind einige wenig bekannte Fakten über das Schiff Wuppen von Hamburg. Herausforderndes Bauvorhaben Der Bau der Wuppen von Hamburg auf der Leichter Werft war mit Schwierigkeiten verbunden. Zum Zeitpunkt des Baus befand sich die Werft noch am Anfangsstadium ihrer Tätigkeit, und dies war eines der ersten Schiffe, die dort entstanden. Das machte den Bauprozess besonders anspruchsvoll, aber das Ergebnis war beeindruckend. Wuppen von Hamburg war ein Dreimast-IGS-Kriegsschiff der Hamburger Flotte. Es wurde im Jahr 1669 in Hamburg auf der Werft von Deichter gebaut und hatte eine Länge von 64 Metern bei einem Gewicht von 1.400 Tonnen. Das Schiff durfte keinen übermäßigen Tiefgang haben, da es sonst die Untiefen der Elbe, insbesondere den Altoner Sand, nicht ungefährdet hätte passieren können. Das Schiff war mit 36 Kanonen bewaffnet und hatte eine Besatzung von 200 Mann. Das Heckschnittswerk wie auch der gesamte Figurenschmuck des Schiffes wurden vom Bildhauer Christian Precht erstellt. Dieser sollte das Heck des Schiffes ähnlich dem Vorbild des 1666 ebenfalls von ihm fertiggestellten Poetels am Bauhof in der Nähe des Deichtors fertigen. Am Heckspiegel wurde das große Staatswappen von Hamburg, ein Abbild der Burg in Schildform, gehalten von zwei Löwen, als Blickfang und repräsentatives Schnitzwerk installiert. Gramm war dieses bildhauerische Werk von diversen allegorischen und in barockem Stil gehaltenen Schnitzer ein. Auf den Heckspiegel aufgesetzt befanden sich am Heck drei große Laternen. Als Gallionsfigur schmückte ein Löwe, wie auf vielen Segelkriegsschiffen niederländischer Bauart üblich, den Bug. Dieser hielt ein Schild mit dem Hamburg-Wappen in seinen Vorderpfoten. Technische Errungenschaften Die Wappen von Hamburg galt als eines der fortschrittlichsten Schiffe ihrer Zeit. Da der Schiffbauer nach den seiner Zeit vorliegenden Erkenntnissen wusste, dass ein breites Schiff mit niedrigen Masten mehr Steifheit und Kraft hatte, sich an ruhiger See wieder aufzurichten, und ein schmales Schiff mit hohen Masten hingegen schneller segelte, vereinte er Schnittmengen beide Eigenschaften in diesem Schiff und schuf einen guten Kompromiss aus Standfestigkeit und Segelgeschwindigkeit. Während viele Schiffe damals nur zwei Masten hatten, verfügte die Wappen von Hamburg über drei Masten, was es ihr ermöglichte, mehr Segel zu setzen und hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Wappen von Hamburg war eines der schnellsten Schiffe seiner Zeit und konnte eine Geschwindigkeit von bis zu 15 Knoten erreichen. Die Wappen von Hamburg war mit 54 Kanonen bestückt, die auf eine Entfernung von bis zu zwei Meilen feuern konnten. Die schwereren Kaliber auf dem unteren Geschützdeck aufgestellt waren. Das Schiff besaß mehr Stückpforten als Geschütze, sodass man die Bewaffnung sowie eine mögliche Zuladung flexibler handhaben konnte. Ungewöhnliche Geschosse Während ihrer Reisen verwendete die Wappen von Hamburg ungewöhnliche Geschosse für ihre Kanonen. Neben herkömmlichen Geschossen luden sie manchmal auch nukleare Projektile, die mit mit Pulver gefüllten Metallkugeln gefüllt waren. Dadurch wurden diese Geschosse besonders zerstörerisch. Wappen von Hamburg wurde gebaut, um die Handelsschiffe Hamburgs vor Piraten zu schützen. Es führte zahlreiche Konvois im Mittelmeer und im Nordatlantik durch. Die Wappen von Hamburg unternahm von 1669 bis 1683 insgesamt elf Konvoifahrten, die sie neunmal zur iberischen Halbinsel und je einmal nach England und ins nördliche Eismeer führte. Die Schlacht von Sollebe war eine der wichtigsten Schlachten des Dritten Englisch-Niederländischen Krieges. Sie fand am 7. Juni 1672 am Nordsee vor der Küste der Niederlander statt. In der Schlacht trafen die niederländische Flotte unter dem Kommando von Michiel de Reiter und die englisch-französische Flotte unter dem Kommando von Prinz Rupert aufeinander. Die Wappen von Hamburg spielte eine wichtige Rolle in der Schlacht von Sollebe. Das Schiff zeichnete sich durch seinen Mut und seine Kampftaten aus. Die Wappen von Hamburg versenkte oder erbeutete mehrere englische und französische Schiffe. Das Schiff half den Niederländern auch, den Sieg in der Schlacht zu erringen. Die Schlacht von Sollebe war eine der wichtigsten Schlachten in der Geschichte der niederländischen Flotte. Sie zeigte die Überlegenheit der niederländischen Flotte gegenüber der englisch-französischen Flotte und half den Niederländern, den Dritten Englisch-Niederländischen Krieg zu gewinnen. Erstes Schiff in Spitzbergen Im Jahr 1683 begab sich die Wappen von Hamburg auf eine Expedition in den Nordsee und erreichte Spitzbergen. Dies war der erste dokumentierte Fall, dass ein Schiff diesen arktischen Archipel erreichte, was das Schiff und seine Besatzung zu pionieren in der Erforschung dieses abgelegenen Gebiets machte. Die Mannschaft der Wappen von Hamburg verbrachte mehrere Wochen auf Spitzbergen. Sie erforschten die Insel und sammelten Proben von Pflanzen und Tieren. Die Expedition der Wappen von Hamburg war erfolgreich. Das Schiff erreichte Spitzbergen, sammelte wertvolle Informationen über die nördlichen Meere und ebnete eine neue Handelsroute. Diese Fakten unterstreichen die Bedeutung und historische Relevanz des Schiffes Wappen von Hamburg in den maritimen Reisen und Kämpfen seiner Zeit. Hier sind die komischen und amüsanten Fakten aus der Geschichte des Schiffes Wappen von Hamburg von 1669 und seinen Reisen. Unglaubliche Beschleunigung! Einer der Astronomen dieser Zeit bemerkte, dass die Wappen von Hamburg eine so hohe Geschwindigkeit erreichen könnte, dass sie bei einer Kollision mit dem Mond diesen einfach zum Frühstück treffen würde. Der tanzende Kapitän Der Kapitän der Wappen von Hamburg war bekannt für sein Talent zum Tanzen. Während eines Sturms veranstaltete er eine Tanzshow auf dem Deck, um die besorgte Besatzung zu beruhigen. Möglicherweise half seine Choreografie, die Stimmung der Crew in einer unangenehmen Situation aufrecht zu erhalten. Tanzabende auf dem Deck Während lange Fahrten zwischen den Häfen veranstaltete die Besatzung der Wappen von Hamburg Tanzabende auf dem Deck, um die Stimmung zu heben. Selbst die Wellen tanzten im Rhythmus der Musik mit. Der Seefahre Zauberkünstler Der Koch auf der Wappen von Hamburg war ein wahrer Zauberer. Er beherrschte verschiedene kulinarische Tricks und Vorführungen, um die Besatzung zu unterhalten. Sogar die Meeresbewohner, natürlich nur Spielzeug, nahmen an seinem Tisch Platz. Geheimnisse der Seemannsküche Das Schiff war bekannt für seine kulinarischen Experimente. In einem Bericht heißt es, dass der Koch der Wappen von Hamburg beschlossen hat, einen Meereskuchen aus Meeresalgen und Fisch zu kreieren. Es stellte sich heraus, dass nicht jeder Appetit dieser Herausforderung standhalten konnte. Die geheime Schublade mit Süßigkeiten In der Kabine des Kapitäns befand sich eine geheime Schublade, die immer mit verschiedenen Süßigkeiten gefüllt war. Der Kapitän entschied sich, dies nicht bekannt zu geben, um die Möglichkeit zu haben, Süßigkeiten ohne ständige Aufmerksamkeit der Crew zu genießen. Musikalische Schlachten Während der Fahrt neben einem anderen Schiff veranstaltete die Wappen von Hamburg oft musikalische Wettbewerbe mit Signalhörnern. Wer verlor, musste ein scherzhaftes Seelied auf dem Deck singen. Der Seefahrener Einer der Matrosen war bekannt für seine humorvollen Talente. Er gab oft vor, ein Meeresgespenst zu sein und spielte der Crew streiche. Das sorgte immer für Gelächter und hob die Stimmung auf dem Schiff. Seemannsjöger Stunden Während langer Seereisen veranstalteten die Mitglieder der Besatzung der Wappen von Hamburg morgendliche Yoga-Sessions auf dem Deck. Der Versuch, eine Kopfstandpose auf dem schwankenden Deck auszuführen, sorgte für ein Zücken und Gelächter auf den benachbarten Schiffen. Der modische Trend an Bord Die Wappen von Hamburg wurde zum ersten Schiff, das den neuen Modetrend maritimer Schick einführte. Die Besatzung trug Badehosen und Seestiefel, selbst wenn sie an Land waren, um zu zeigen, dass Stil unabhängig vom Standort wichtig ist. Ich hoffe, diese komischen Aspekte fügen der Geschichte des Schiffes Wappen von Hamburg etwas Humor und Unterhaltung hinzu und machen das Lernen über dieses Schiff noch interessanter. Die Wappen von Hamburg Die Wappen von Hamburg Die Wappen von Hamburg Die Wappen von Hamburg Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke fürs Zuschauen!